Haben Sie sich abgenommen? Nein, ich habe jetzt ein bisschen zugenommen. Aber Sie hatten abgenommen. Ich hatte abgenommen. Ich habe aufgehört, so viel zu trinken. Ja, nehmt mal ab. Nehmt mal ab, ja. Es ist so, wenn ich abends nach Hause komme, das ist immer so spät. Und dann sage ich, kipp mir jetzt noch einen Flaschen-Rotwein. Wenn man eine Flasche draufmacht, dann ist es so schade, wenn man sie nicht ausdrinkt. Richtig. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wir müssen häufiger mal die Flasche nicht zulassen. Ja, dann nimmt man ab. Dann nimmt man ab. Ja, das muss man nicht sehen.